Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute wieder in Rheinland-Pfalz unterwegs und zwar gehen wir dort die Traumschleife Oberes Beibachtal. Diese Wanderung hat etwa 15,5 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Wanderung so ist, dann bleibt dran. Guten Morgen aus dem Beibachtal. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Jeffen Beibach Haube 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 Kau Er Haube 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020